Ja hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zu einem Info-Video von mir, The Wingrate. In diesem Info-Video geht es erstmal darum, dass ich mich entschuldige dafür, dass jetzt eine Woche lang nichts mehr gekommen ist oder über eine Woche lang. Wir haben den 5. oder 12. Es ist also etwas länger nichts mehr gekommen. Tut mir leid. Ich hatte RL und RealLife, also die meisten von sich müssen wissen. RL, Sprechschule, ich hatte Karate-Gürtel-Prüfung, Freunde zu Besuch mit meinen Eltern. Jetzt zur Weihnachtszeit unternimmt man ja auch mehr mit seinen Eltern. Und von daher hatte ich eben nicht so die Zeit, etwas hochzuladen. Was sich jetzt hoffentlich ändern wird, es wird nicht so viel sein wie sonst. Also na gut, meine Hochzeit, die ich ja mal hatte, die habe ich bis jetzt immer noch nicht eingeholt. Und ich bezweifle auch, dass ich die jemals wieder schaffen werde. Ähm, ja. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, ich wollte mich noch bei 242 Opponenten, oder für 242 Opponenten, jetzt hänge ich nicht auf, bedanken. Das ist echt genial von euch, äh, finde ich klasse. Und was gibt's noch zu sagen? Ach ja, etwas, was ich vergessen hatte, warum ich auch dieses Infovideo nochmal drehen musste. Ab dem 23. bis einschließlich Ersten, äh, bis einschließlich Neujahr, also bis einschließlich den Ersten, Ersten, Zwölf, lade ich keine Videos hoch. Ja, das wollte ich eigentlich nur nochmal so sagen, weil das und so, äh, wisst ihr ja Weihnachten, also die Weihnachtstage 24, 25, 26, und die Zeit nach den Weihnachtsferien werde ich höchstwahrscheinlich mit 3DS zocken verbringen. Also, da bleibt nicht viel Zeit, oder Skyrim zocken, ähm, da bleibt nicht mehr viel Zeit für YouTube. Ähm, oder natürlich auch mit Kumpanen treffen, ne. Ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Hiernach wird eine weitere Anno-Folge kommen. Ich kann euch leider keinen Vorausschau geben auf die neue Anno-Folge. Aber, ich hoffe, sie wird euch gefallen und bis dahin sag ich, tschüss.